Zu Swoop in 2 Zelda 2. So wir fangen gleich mal an mit den Einzelplayer. Nehmen wir mal diesen Schammützel. Schammützelzüge. Taufe 1. Abgeschlossen. Ne, hatten wir schon mal gespielt gehabt, aber wir machen es mal komplett durch. Über den Berg. Erster Teil. Erste Mission. Wir gegen den Char. 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 So. So, er fängt jetzt gleich direkt an hier. Mit seinen arabischen Bogenschützen da. So, wir bauen unseren Vorratskammer. Kunstspeicher ist direkt gleich mit am Start. So, und dann bauen wir unsere kleine Enderungszahlen hier auf. Machen davon einen noch. Hier vom Bass. Davon 2. So. Und fangen an mit unserer Bombe hier rechts rüber. So, dann klatschen wir den damit zu. Dann klatschen wir das auch noch damit zu. Dann fangen wir an die Mauer zu ziehen. Ist das nun mal ganz simpel. Eine schicke gerade Mauer. So. 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 Da dürfte jetzt auch keiner rein und raus marschieren. So. Wir brauchen nämlich Holz. So. Dafür verkaufen wir unsere Sterne. Davon kaufen wir gleich schön Holz. Jetzt kommen wir gleich noch mit. So. Und jetzt kaufen wir mal eben ganz easy going. Für. So. Dann haben wir mindestens. Ein bisschen Holz am Start. Hier einer. Dort einer. Hier einer. Dort einer. Und dort einer. So. Unser Bogenschützen. Die platzieren wir mal. Hier eben. Ne. Die platzieren wir gleich direkt aufs Tor. So. Jetzt brauchen wir erstmal. Ein paar Einwohner. Nenn ich immer. So. Und dann machen wir gleich uns auch mal 5 Schwertkämpfer. Das ist schon so ein Tick von mir. Die platziere ich immer vor das Torhaus. Weil es hier ein Durchbruch ist. Dann sind wenigstens meine. Ein paar Truppen da. So. Die 8 kommen hier rüber. Ah. Jetzt brauchen wir ja hier. Da noch ein bisschen Holz. So. Damit wir hier einmal. Steinverkehr haben. So. Und einmal Metallverkehr. So. Und einmal Metallverkehr. Alles vorhanden. Jetzt kaufen wir uns meinen Gott diese 10 Steine. Ach. Sollen wir noch einmal drüber. Reicht sogar. Können wir gleich schon 10. So. Das kommt da hin. Unsere Bogenschützen hier ein bisschen. Schön verteilt sind. Eure treuen Bogenschützen. Die packen wir hier mal mitmachen zu. So. Die 5. Die packen wir mal hier hin. Weil das ist hier gerade der schwächste Punkt bei mir. Auf die Plätze. Auch wenn da ein Geschütz vorsteht. Sicher ist sicher. Ja. Den habe ich eh schnell platt. Ja. Wenn ich will könnte ich jetzt schon hier temperatur ausstatten. Und. Aber wir wollen es ja schön angehen. Wir wollen ja ein bisschen das Spiel dazu erkundigen. Kaufen wir uns jetzt hier mal ein bisschen Holz. Also ich bin ja eh gerne mehr der Fernkämpfer Fan. Deswegen werde ich hier auch gleich schon mal gleich 3 Bogen machen. Dann nehmen wir einen Rüstungmacher. Davon nehmen wir auch einen. Noch einen Rüstungmacher. Schwertmacher. Und noch ein bisschen mehr Holz. Ja dann brauchen wir doch nochmal 2 Rüstungmacher. Und 2 Armbrustmacher. So. Jetzt kommen wir auch noch mal ein bisschen. Ja das müsste eigentlich von mir noch 2 Häuserchen hin. So. Und dann nehmen wir unser Raum. Holz verlangen Gange. Ich verstehe gar nicht warum der Ballister da hinschießt. Der ist ja jetzt ein Schlauer. Der sucht sich wenigstens die Punktschätzen oben raus. Voll die Drecksache ne. Du kannst dich einfach mal hier mal ne. Ja da oben da kann man. Ja da oben da kann man. Nicht eins lieber dann sinds die Punktschätzen wirklich. Dann bauen wir mal ein bisschen Holz. So. Also die wollen anscheinend gleich schon direkt mucken. Aber wir dürfen die ruhig machen. So. Wir wählen unsere 2 Tempelräuter schon raus. So. 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 Jetzt haben wir auch schon Steuern ein bisschen hoch. Ja. Ja. Weil unsere Produktion. Da müssen wir gleich erstmal Bogenschätzen haben. Eine Menge. So. Jetzt haben wir noch mal 2 Tempelräuter. Ja. So. 10 Tempelräuter reichen. So. Dann ziehen wir auch in die Schlacht. Ja. Und dann gucken wir mal wieder weiter. So. Und dazu bilden wir noch direkt auch noch 2 Jäger. Für den Angriff benutzen wir Jäger. So. Dann werden wir wohl auch noch einen Bogum machen. Ah. Ich bin sogar so nett. Und macht sogar noch einen mehr dazu. Jetzt müssen sie hier mal hier rumlaufen. Aber ist ja nicht so tragisch. So. Hier noch einen Bogum machen. Und dann können wir hier noch hier rumlaufen. Jetzt. Geht noch. Oh. Checkpoint. Ich dachte das passt jetzt nicht mehr. Schockiert grad. So. Ein Armbrust. Zwei Armbruster. Komm da mit rauf. Jetzt kann man noch einen Tempelritter dazu. Geht uns nur ein Ziel hoch. Ich folge eurem Banner. So. Ihr seid der größte Nord. Hör auf zu schleimen du. Schleimbrudel. So. Na. Seine Dinger da. Die rotz ich später weg. Und hier Waffen die wir nicht benötigen. Hier im ganzen Comeback. Wir picken gleich mit dazu. Ja. Deine Nasen den Kram dann kriegen wir eigentlich aus. Deine Nasen den Kram dann kriegen wir eigentlich aus. Ja. Und hier ist die Opa. Ich bin ja nicht gut. Sie rechts und ich bin ja nicht richtig überwachsen. Wie viele andere haben die Opa. Ja. Der Kram dann mit Peach. Ja. Zeig. Ja. Ja, Seier. Bogen schützen in Bewegung. Bogen schützen, bereit machen. Bogen schützen, bereit machen. Bogen schützen, bereit machen. Gehen in Stellung. Bogen schützen, bereit machen. Bogen schützen, bereit machen. Hier sind eure Leute. Dieses Gebäude funktioniert. Die Truppen der Schars greifen an. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch einen neuen Burschütz mehr. Das ist ganz gut so. Die Nahrung ist ja auch schon wieder hochgesprungen. Jetzt greifen wir gleich direkt an. Die sind doch schnell aus dem Weg geklatscht. Wir nehmen noch zwei Jäger mit dazu. Wir nehmen noch Rekruten mit einem Batzen. So. Warten wir kurz. Bis die ganzen Soldaten da sind. Na ehrlich jetzt. Wir haben jetzt hier nicht so eine übertrieblich starke Armee. Wir haben da eben halt 10 Arbo ist so. Noch zwei Jäger mit dazu. Dann haben wir zwei Burschützen. So. Das sind die letzten Trommeln. Dann ist schon die erste Runde vorbei. Ja. Da kann das nämlich gar nichts mehr brauchen. Da kann das nämlich einpacken. so. 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 Jetzt kommt mein ganz bogisches Ohr. Und der Gedag halt. So. 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 Komm. So. 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 Töerverb egap ist für mich? So. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020